Und Fartech feierst du auch? Also ich mag den Design schon, aber ich habe nicht so Sachen von sehen. Sehr Leute, was geht ab? Max und Willian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man schon unschwer erkennen kann, sind wir heute wieder im ersten Bezirk bei den Rich Kids angesiedelt. Um heute eine weitere Ausgabe von Hypeists nach erfundenen Modemarken zu drehen. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, ist das ja relativ gut angekommen in letzter Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die nach der vierten Ausgabe das nicht eh schon alle gecheckt haben. Heute aber in einer Spezial Edition, wir drehen das Montana Black Special. Das heißt, wir werden nur Ausdrücke als angebliche Marken verwenden, die Montana Black geprägt hat. Wie zum Beispiel Fresh oder Feiny oder... was gibt's noch? Aminakoidum? Wir werden die Ausdrücke so unter ein paar andere Modemarken mischen und mal nachsehen, ob die Leute behaupten, dass sie die Marken fix kennen und schon mal damit geflext haben, was auch immer. Oder ob die einfach ehrlich sind und zugeben, dass sie diese Marken nicht kennen. Jetzt heißt es mal los auf den Stephansplatz und ein paar potenzielle Opfer finden. Here we go! Ah Leute, und schätze jetzt mal in den Kommentaren, wie viele Leute ich dazu bringe, dass sie sagen, sie kennen die Marke, obwohl es die gar nicht gibt. Schreibt sie jetzt in die Kommentare, was eure Schätzung ist. Das sind so depperte Ausdrücke, das wird niemals durchgehen. Also heute habe ich echt so das Gefühl, das wird nichts. Was meinst du? Ich glaube auch nicht. Wir werden alles checken. Für, für, für Fresh, als würde es so eine Marke heißen. Wir probieren es trotzdem. Mal schauen, mal schauen. Wir müssen nur Leute finden, die einfach nur flexen wollen. Das findet man eh im ersten Bezug. So Leute, ich stehe da direkt bei den ersten Leuten, die sehr modisch gekleidet sind. Wie heißt du? Afrin. Afrin, wie heißt du? Ali. Ali. Und du heißt? Dino. Wie man bei euch erkennen kann, Marken sind euch schon ein bisschen wichtig. Das ist eine Marke, die du feierst? Ja, halt auf jeden Fall. Ja, was sind noch so Marken, die du nice findest? Also zu den Hosen eh wahrscheinlich so Levis. Ja, ja. Wo ist halt, keine Ahnung, wie man das jetzt so richtig ausspricht. Ja, 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 easy. Ja, und auch halt normale Sommerschütze, also wie Balmain halt, halt normal diese teuren Marken halt. Ja, ja. Feini macht auch mega Jeans, findest du nicht? Ja, ja. Ja, safe find ich so nice. Oh, ein Faustig, Bruder. Das ist, Feini gibt's nicht mal. Ich kenn das. Danke. Nice. Was für ein Feini, Bruder? Wir haben eine Snitch dabei. Ein Faustig. Nein, hör auf. Die Marken gibt's, die ich jetzt gefragt hab, gibt's halt nicht. Anstatt dass du fünf Marken wartest und mich einfach machen lässt. Oh, ich hab immer Feini verstanden. Oh, Alter. Feini. Auf jeden Fall, nice Marke. Danke auf jeden Fall für das Interview, gell? Kein Problem. Alles easy. Ja, können wir eh runternehmen. Was? Ja, hoch, lass das. Es ist eh witzig. Nein, das ist gut, man. Weil ich gesagt, lass einfach. Hoch, lass das bitte. Das kannst du unser Insta-Verliste. Sicher? Könntest du eure Insta-Tag gleich sagen? Ja, das braucht uns ja eigentlich gerade. Egal, lass einfach. Okay. Danke vielmals. Das heißt, einen schönen Tag euch, gell? Macht das gut. Macht das gut. Was ist das? Ich überleg mir, ob es so auf YouTube drauf ist. Bruder, das ist nicht schlimm. Lass einfach. Wie viele Abonnenten haben sie? Fünf... 23.000. 23.000. 23.000. Da ist keiner, geht. Ja, okay. Scheiße, der P*** hat mich gefreut. Ich schwör auf den Arsch, die Feinde gibt's gar nicht. Der hätte überall mitgemacht. Er hätte alles fragen können. Du, Freunde. Ich stehe jetzt schon beim nächsten, auch sehr modisch gekleidet. Wie heißt du? Jonathan. Freut mich, Jonathan. Corona-Gruß. Happy Corona. Na sicher. Jonathan, natürlich der Peso-Hoodie. Ja. Der in der, glaube ich, ganz, ganz viele hat's davon gegeben. Ja, der... Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, aber es kam nur der raus. Ja, ja, ja. Ich konnte ihn eh immer kriegen. Und zufrieden damit? Ja. Okay, nice. Aber Nummer größer wäre nochmal gegangen, glaube ich, oder? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen noch zugelegt. Ah, sehr gut. Bisschen im Training. Ja, fein. Ja, Nike ansonsten an Start. Die Schuhe haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Bam Bam Zack Zack. Ja. Ist auch deutsch. Ja, äh, nicht englisch. Montana Black. Kennst du den? Ben Busel zu mich hier so ein bisschen. Okay, direkt gecheckt. Sehr gut. Ja, wir suchen ein paar Leute, die dann weiterhin so tun, als würden sie die Marken kennen. Nee. Aber du bist ein Ehrenmann, der es gleich zugibt. Ja. Ich habe mir schon am Anfang gedacht, ich habe erstmal Ja gesagt, aber ich dachte mir dann, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ja, wenn man mit mir Videos dreht, dann muss man immer mit allem rechnen, gell? Ja, klar. Aber auf jeden Fall ehrenhaft, dass du nicht behauptest, dass du die Marke kennst und sinnlos flext. Also einer, der schon ein bisschen Ahnung hat und auch Fehler eingestehen kann. Dankeschön. Sehr nice. Danke dir. Hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Schönen Tag, macht das gut. Okay, scheiße. Das war nichts, ich wusste, das geht nicht so einfach. Bam, bam, zack, zack. Okay, das wird heute nicht einfach. Vielleicht ist bam, bam, zack, zack doch ein bisschen zu auffällig. Aber ich schwöre, bei irgendwen bringe ich das gut. So, Freunde, neben mir jetzt. What's your name? Marius. Marius. Nice to meet you. And I. I like your outfit. Oh, thank you, thank you. Is it from Versace? Yes, yes, it's the brand I like very much. Okay. Original, authentic Versace dress you got here. Very, very expensive, right? Yes, it's expensive, but I do the money, work one month and buy one thing for Versace, I think. So, you work hard to get yourself expensive clothes. Yes, yes. So, you're interested in expensive clothes and luxury fashion, right? Yes, yes, yes. Okay. I like it, I like it. Okay, okay. Anyway, I think I like this. Yeah, yeah, that's right, that's right. Especially when it's authentic and you know that you're wearing the original stuff, right? Yes, yes. Yeah, yeah. Because this looks very great, very expensive, I like it very much. Thank you, thank you. Great brand. And other brands you like as well, like, ah, Versace also has a partnership with FFF Fresh, you heard of it, right? Oh, no, no, I don't know. Not heard of it? Okay, okay. What brands you like next to Versace? Versace, the Armani for the night. Yeah, yeah, yeah. It's elegant style for Armani. And Brother Kylo as well. Yes. It's also a great brand. And Armani, Adidas, you also like Adidas? Yes, for the sporting, for the gym. Yeah, yeah, yeah. Right now, the most famous brand is Bam Bam Zack Zack. You heard of it? It's in Austria? No, I haven't heard of it. Okay, never heard of it. It's also a brand that would… Bam Bam, to search on the internet. Yeah, yeah. Searching on the internet for Bam Bam Zack Zack. You will find only fashion content. Yes. Search now. Finish the interview. Search for Bam Bam to see what it is. And Kylo you like. Kylo is something everybody likes, right? Kylo? Yes, yes, yes. I like it as well. Very beautiful. And what are the other brands that are really nice? M&A Coidum. M&A Coidum. Now starting, M&A Coidum. A big brand. You heard of it, right? No, no, no. No, no, no. Okay, not heard of it. Okay. Only Versace. Yes, Romani. This is very, you know it, any people. Where are you from? Romania. Romania, okay. You got it from Romania? No, buy it from here. Ah, from here. I have here one mount, only one mount. Ah, okay, okay. And you bought it here? Yes, yes. The outfit. Okay. I now live here. Ah, you now live here. Yes, yes. To buy more of this authentic stuff. Yes, one mount. Okay. Yeah, great. Thank you very much for the interview. It's my pleasure. For me too. Have fun, take care. Ah, the Versace mask. Yes, 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 yes. Buy now. Yeah, yeah, yeah. Real Versace-Schutzmasken gibt's jetzt auch, Leute. Thank you very much. Thank you, thank you. Safe am Naschmark kauft, 100% Fake alles. Aber richtig nice, dass er zumindest zugibt, dass er die Marken nicht kennt. Aber das Outfit war eine Gemeinheit. You want to know, in which channel we can see this? Yeah, yeah, Maximilian. It's called Maximilian on YouTube. Make more videos like this? Yes. You know why? Because we have at home really very, very, very nice clothes. And we can make one show together. You have a big wardrobe to show. Yeah. With stuff like the Versace things we saw. I know it's Versace all, but the thing is me, I'm a singer in Romania. Ah, you're a singer? And we have really things and clothes, what here you even don't find. Ah, okay. And the glasses and all, and it's really very hard to find. Thank you very much, goodbye. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch noch eine Einladung bekommen, dass wir uns direkt den absolut echten Stuff, da kann man einen Knopf zumachen, gell, mein Freund? Der rennt da mit der Wampen draußen. Dass wir uns direkt anschauen, was die alle so originales in ihrem tollen Kasten hängen haben. Young Brother Kylo. Active Friends. Fatih. Young Brother Kylo. Ich vergesse das immer alles. So, Freunde, ich stehe da neben dem. Lucian heiße ich. Lucian? Lucian. Ja, ich komme aus Rumänien. Ah, okay, okay, okay. Wohnst du aber in Wien, oder? Ja, ja, ja. Okay. Du bist mir auf der Straße aufgefallen. Gleich mal Converse, Comme des Garçons und Gucci Shirt. Sind das so Marken, die du feierst? Ja, eigentlich schon. Gucci ist schon so eine Marke, die so italienische Mode allgemein? Ja, also ich mag es halt nicht, mein Design und so weiter. Ich fahre es schon ziemlich. Und Stoffe und so weiter, bist du auch zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden sogar. Weil Active Friends, die hatten ja jetzt Probleme wegen den Stoffen, dass die zu dünn waren und da haben sich ja einige beschwert. Es war Frechheit, oder? Ja, kann sein. Aber mit diesen T-Shirts würde ich ja nicht so sagen, dass ich so Probleme habe. Okay. Ich finde es sehr angenehm, wenn ich trage und so weiter. Ja. Neben Comme des Garçons und Gucci, was sind noch so Marken, die du feierst? Versace, da habe ich auch ein paar Sachen. Und auch so normale Sachen. Ja, M&A Coitem zum Beispiel. Ist auch nice eigentlich, weil für die Qualität ist wirklich ein fairer Preis. Kann sein. Finde ich auch. Und Fartech feierst du auch? Nein, also ich mag das Design schon, aber ich habe nicht so Sachen von sehen. Okay. Würdest du nicht tragen? Oh, ich muss schon ein paar Sachen von denen sehen. Ich habe nicht so viele Sachen gesehen, aber... Okay, okay. Und neben den wirklich teuren Marken, was sind noch so Marken, die ein bisschen günstiger sind? Represent ist ja zum Beispiel nice. Weiß nicht, ob du Represent kennst? Nein, kenne ich nichts. Okay. Ja, das ist zum Beispiel Represent. Die kommen aus England. Die hatten ja jetzt auch eine Kooperation. Das heißt, da war... Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Mit Bam Bam Zack Zack, der Marke aus Deutschland. Die wieder... Da verstehe ich den Hype nicht. Naja, also von dieser Kooperation habe ich jetzt nicht so... Okay. In letzter Zeit war ich nicht so auf Marken hingewiesen, da ich nicht so viel Zeit hatte. Okay, okay. Weiß ein Corona-Ding. Ja, ja, safe mit Corona. Hatte ich nicht so viel mitbekommen. Außer von diesen großen Marken, die halt jeder kennt. Ob war ein Champion und so weiter. Fein ist zum Beispiel, ja, safe. Ja, genau. Aber sonst nicht so viel. Okay. Aber so auch kleine... Also nicht kleine, aber nicht so teure Sachen unterstütze ich auch, trage ich auch. Zum Beispiel? Zum Beispiel Holister mag ich. Ja. Ich finde es ist eine gute Preis-Leistungs-Qualität. Safe. So wie bei Kylo circa. Das fand ich auch immer voll fair eigentlich die Preise. Oder was meinst du? Also ich finde man kriegt eine ziemlich gute Qualität. Zum Beispiel Holister. Ja. Die Kleidungen sehen auch sehr gut an und sind auch nicht so teuer. Und bei Kylo ist das eigentlich auch in Ordnung, oder? Ja, es geht. Es geht. Also Preise kenne ich halt nicht. Okay, okay. Ja. Was ist noch nice findest du, Yasin? Ja, bam bam zack zack ist halt Bombe. Ich weiß nicht, da war ich jetzt halt komplett im Hype in Deutschland. Bam bam zack zack geht halt extrem ab. Aber ich weiß nicht, mir ist das Ganze zu bunt. Also so bunte Kleider mag ich sie auch nicht. Ich kenne die Marke nicht. Okay, okay. Ja nice. Budi, dann vielen lieben Dank für das Interview. Cooles Outfit wie gesagt. Und viel Spaß, wenn du deine Freundin abholst. Dankeschön. Alles Gute dir. Dankeschön. Servus. Perfekt. Das war ja leichter als gedacht. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist jetzt die fünfte Edition und ich habe es mir mittlerweile schon unmöglich vorgestellt. Aber es ist wirklich so einfach, teilweise glauben die Leute es ja gestellt. Nein. Ich sage das alle. Die sind nicht instruiert. Die wollen einfach flexen und denken sich, fuck ich kenne die Marke nicht, scheißegal. Ich sage einfach, ich kenne es. Budi, servus. Servus. Wie heißt du? Yusuf. Yusuf, freut mich. Yusuf, du gibst schon ein bisschen Geld für Mode aus, oder? Geht. Geht so? Ja, wenn Mama gönnt halt. Wenn Mama gönnt. Mama ist finanziell, wie zahlt das? Inshallah, Inshallah. Nice Budi. Ja, Nike am Start, Tommy Hilfiger am Start. Also schon Sachen, wo du wirklich Qualität für den Preis auch bekommst. Ja. Fein ist auch seine Marke, da kriegt man halt für das, was man zahlt. Das muss der Mama mal anziehen. Aber du verarscht uns gerade. Ja richtig. Ich kenne die Videos, Mann. Scheiße. Ich kenne die Videos. Es ist doch schwieriger, Leute. Egal. Aber trotzdem. Neisser Fit auf Start. Riecht deiner Mama liebe Grüße aus, gell? Inshallah. Soll weiterhin. Wirklich gemacht, oder? Geiler Typ. Geiler Typ. Jetzt habe ich das nicht aufgelöst. Ich habe keinen einzigen gesagt, dass ich es verarscht habe. Seht ihr dann eh im Video. Ja, liebe Leute, das war es von diesem Video. Diesmal war es wirklich gar nicht mal so einfach. Ich fand es aber trotzdem sehr, sehr witzig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr ihn noch nicht habt. Ich verlinke mich jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und Freunde, schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ich das Ganze nochmal drehen soll. Und welche Spezial Edition ihr euch wünscht. Das war es von mir. Euer Maximilian. Alles easy. Bis wir es nicht drauf haben. Upsi.